Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu eurem eigenen Server. Heute geht es wieder mit HK Hosting weiter und zwar wollen wir uns heute einen Server bestellen. Wir haben uns letztes Mal bei HK Hosting eine Domain bestellt, in unserem Fall war das the-morphheus.de. Dazu haben wir auch Gutham aufgeladen, also falls ihr nicht wisst wie das Ganze funktioniert, dann schaut einfach letztes Video mal an. Und heute wollen wir uns einen virtuellen, also einen V-Server bestellen. Ein virtueller Server hat den Vorteil, ihr müsst nicht einen kompletten Serverschrank mieten, wie bei diesem dedizierten Server, sondern ihr teilt euch sozusagen die Ressourcen mit anderen Leuten. Aber ihr kriegt genau das, was ihr bestellt sozusagen. Das haben wir letztes Mal auch durchgesprochen und zwar haben die von HK Hosting eine Technik benutzt, die heißt KVM. Und deswegen bekommt ihr auch tatsächlich das, was ihr bestellt, ohne Leistungseinbußen und so weiter und so fort. So, wir werden uns den Mini-Server bestellen, aber je nachdem, was ihr machen wollt, also zum Beispiel einen Minecraft-Server installieren oder einen Web-Server installieren, da reicht. Also für einen Web-Server reicht natürlich der Mini hier, also wenn ihr einfach nur eine Webseite hosten wollt, beziehungsweise je nachdem, wie viele Leute dann bei euch zugreifen drauf, das werden wir dann sehen. Aber im Normalfall reicht euch da der Mini-Server, wohingegen, wenn ihr einen Minecraft-Server oder sowas hosten wollt oder keine Ahnung, CSGO oder einen TeamSpeak-Server oder sowas und den bei euch auf dem V-Server installieren wollt, das werden wir auch noch alles machen. Aber dann könnte eure Leistung vielleicht ein bisschen zu knapp werden mit einem Mini-Server, also zum Beispiel für einen TeamSpeak braucht man vielleicht ein bisschen mehr Arbeitsspeicher oder vor allem für einen Minecraft-Server bräuchte man wahrscheinlich mehr Arbeitsspeicher. Und dann habt ihr die Möglichkeit hier entweder Startup, Professional oder Business anzugucken oder ihr geht einfach auf Individuell und dann könnt ihr sagen, hey, ich möchte lieber zum Beispiel hier unten mehr Arbeitsspeicher haben, zum Beispiel 32 Gigabyte. Das kann man alles damit sagen, wunderbare Sache, ihr könnt auch hier zum Beispiel eure Prozessor-Kerne einstellen. Ja, all das habt ihr dann zur Auswahl. Wir werden uns jetzt wie gesagt hier einen Mini-Server bestellen, weil das für unsere Zwecke völlig ausreicht. So, ihr kommt dann also auf dieses wunderbare Interface hier und hier unten seht ihr schon, ihr müsst hier eure Domain eintragen, also irgendwas.euredomain.de oder com oder was auch immer ihr da habt. In meinem Fall ist es server1.the-morpheus.de. So, jetzt irgendein Web-Passwort, damit wir uns dort einloggen können, das werde ich jetzt vielleicht nicht laut vorlesen oder ich werde es einfach nach dem Video ändern. So, und dann seht ihr hier unten eine Auswahl an Betriebssystemen. Da wird es jetzt relativ wichtig, wir haben hier nur Linux zur Auswahl sozusagen. Wir werden uns hier auch, also bei dem individuellen Server hier oben könnt ihr auswählen, ich möchte ein Windows haben oder ich möchte ein Linux haben. Hier haben wir einfach nur verschiedene Linux-Distributionen zur Auswahl. Und wir werden uns jetzt für Ubuntu 14.04 entscheiden. Ihr könnt natürlich auch Debian nehmen oder CentOS oder OpenSUSE oder Fedora natürlich. Natürlich alles möglich. Wir werden jetzt wie gesagt hier Ubuntu benutzen, weil, keine Ahnung, ich mag Ubuntu und habe relativ viele Betriebssysteme bei mir schon benutzt, die mit Ubuntu zu tun hatten zumindest mal. Ihr kennt da wahrscheinlich auch das eine oder andere, habe ich euch schon vorgestellt. Okay, und jetzt haben wir hier unten den Abrechnungszeitraum. Da könnt ihr einstellen, was ihr wollt. Je nachdem ändert sich halt hier, wie oft ihr irgendwas bezahlen müsst. So, und dann einfach auf Fortsetzen. Easy. So, wo könnte man anders landen, außer im Warenkorb? Und ja, wir haben hier Kosten von 1,99. Wir haben ein Guthaben von 2,01 Euro. Das heißt, das passt sogar. Hey, juhu. Und dann gehen wir einfach mal weiter. So, den Adresskrempel, den habe ich jetzt mal wieder übersprungen. Das wird sowieso alles automatisch eingetragen, wenn ihr eure Adresse schon angegeben habt. Wenn ihr eine Domain bestellen wollt, müsst ihr eure richtigen Daten angeben. Wenn ihr keine Domain bestellen wollt, dann ist das nicht mal erforderlich, dass ihr da alles angebt. Aber ja, es wäre zumindest sinnvoll. Okay, jetzt habe ich hier einfach mal auf Haken geklickt. Ich hoffe mal, ihr lest die auch tatsächlich dann. Ich habe sie im Vorfeld schon gelesen. Euch die vorzulesen wäre ein bisschen arg, lame für ein Video, würde ich mal so behaupten. Newsletter brauche ich keinen. Ihr könnt ihn gerne drin lassen. Und wir wollen natürlich auch gleich, dass da alles läuft. So, deswegen setzen wir da den Haken. Okay, und los geht's. So, ihr bekommt eine Rechnung. Die habe ich jetzt auch mal übersprungen, weil da alles draufsteht. Sowas wie Adresse und so weiter und so fort. Das muss nicht unbedingt sein. Da, die bekommt ihr natürlich auch noch per E-Mail. Die müsst ihr jetzt aber auch noch bezahlen. Und die ist aktuell unbezahlt. Dazu gehen wir hier einfach auf Rechnungen. Und sehen, wir haben hier eine unbezahlte Rechnung. Das andere ist meine Domäne. Die habe ich natürlich schon bezahlt. Wir gehen hier einfach mal drauf auf das Unbezahlt. Und landen wieder bei der Rechnung, falls ihr sie aus Versehen weggeklickt habt. Also, ihr seid jetzt hier wieder bei der Rechnung. Und da unten steht zurück zum Kundensender. Und achtet darauf, dass dieser Button jetzt mit Guthaben bezahlen. Das ist genau das, wo ihr hin müsst, wenn ihr bezahlen wollt. Wichtig ist, der Button verschwindet, wenn ihr einen Adblocker anhabt. Das heißt, ihr solltet dringend diesen Adblocker aushaben, damit ihr eure Rechnung bezahlen könnt. Ansonsten könntet ihr vielleicht in Bedrängnis kommen. Okay, also wir wollen das Ganze natürlich bezahlen. Deswegen gehen wir hier einfach mal drauf. Und wir haben es geschafft. Wunderbar. So, und das Tolle bei HK Hosting ist jetzt, ihr müsst nicht irgendwie warten oder sowas. Sondern ihr habt direkt euren Server zur Verfügung. Das heißt, wir können direkt weitermachen, wenn wir wollten. Aber, da wir jetzt schon gerade den Bestellvorgang abgeschlossen haben, würde ich sagen, wir schauen uns nur noch kurz an, wie das Ganze so auf ihrer Webseite aussieht. Und dann machen wir da ein nächstes Video weiter. So, also, wie sieht das Ganze aus? Wir klicken hier einfach mal auf Server drauf. Finden hier genau einen aktiven Server. Das ist den, den wir gerade bestellt haben. Falls ihr natürlich mehrere Server bestellt habt, dann sind da auch mehrere Server. Und ja, hier sehen wir dann auch, was wir zahlen müssen, bis wann das Ding geht. Und das wir monatlich zahlen müssen. Und ja, die Adresse von unserem wunderbaren Server sehen wir hier auch. Und den Typ auch noch gleich. Und hier drüben steht der Status aktiv. Super. Klicken wir da einfach mal drauf. Und jetzt haben wir hier gleichzeitig noch viel mehr Informationen. Und zwar, hier unten sehen wir auch, dass wir ihn erweitern können. Das heißt, wir können sagen, hey, wir wollen ein bisschen stärkeren Server. Hier drüben gibt es auch Upgraden, Downgraden. Was aber viel cooler ist, ist das hier. Und zwar, wir haben hier die IP-Adresse. Klar, wir haben auch eine IPv6-Adresse. Wir haben irgendwelche Statistiken. Brauchen wir gerade aktuell noch nicht. Wir sehen, wie viel Traffic wir verbraucht haben. Aktuell noch gar nichts. Logischerweise, weil wir noch nichts gemacht haben mit dem wunderbaren Server. Wir können hier aber auch wunderbar einfach neu starten, herunterfahren, starten. VNC-Passwort, was das alles ist, werden wir uns dann noch angucken. Und dann eben auch das Web-Interface, das wir uns angucken werden. Super. Gut, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir hier wunderbar weitermachen mit den Servern bei HK Hosting. Bis dann. Ciao.